Ein neuer Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Transporter ist viertürig, bietet Platz für acht Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Köpler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.